Wohlenschwill ist eine Einwohnergemeinde im Bezirk Baden im Schweizer Kanton Aargau. Sie liegt im Reusstahl und ist bekannt als Schauplatz der Entscheidungsschlacht im Schweizer Bauernkrieg von 1653. Die heutige Gemeinde entstand 1906 durch die Fusion von Wohlenschwill und Biblikon. Geografie Die Gemeinde besteht aus vier Siedlungen, die im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zusammengewachsen sind. Am nördlichsten liegt Reusstahl unmittelbar am Ufer der Reus, weiter südlich folgt Biblikon, dann das eigentliche Dorf Wohlenschwill und schließlich Oberberg. Die Ortsteile bilden ein zwei Kilometer langes Siedlungsband entlang einer Entmoräne. Die Moräne entstand am Ende der Würmeiszeit durch den Rückzug des Reusgletschers und weist zahlreiche Findlinge auf. Südlich von Oberberg geht sie in die steile Nordflanke des Wagenreins über einem Hügelzug zwischen Reus und Bündstal. Die Fläche des Gemeindegebiets beträgt 439 Hektaren, davon sind 154 Hektaren bewaldet und 73 Hektaren überbaut. Der höchste Punkt liegt auf 547 Metern auf dem Haneberg einer Erhebung am Nordrand des Wagenreins, der tiefste auf 346 Metern an der Reus. Nachbargemeinden sind Birhardt und Birmenzdorf im Norden, Mellingen im Osten, Tegerich im Südosten, Hecklingen im Südwesten und Megenwill im Westen. Geschichte Wulenschwill wurde wahrscheinlich zwischen 700 und 800 als Bauernsiedlung aller mannischer Einwanderer gegründet. Biblikon wahrscheinlich bereits zwischen 600 und 700. In einer Klageschrift aus dem Jahr 893 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung von Wolliswilare. In dieser Urkunde führte das Frau Münster in Zürich Personen aus dem niederen Adel auf die sich widerrechtlich Abgaben angeeignet hatten. Darunter auch solche aus Wulenschwill und Umgebung. Der Ortsname stammt vom althochdeutschen Waller Hessvillerie und bedeutet Hofsiedlung des Waller. Dabei bezeichnet Waller einen welchen Vorfahren oder Vorsiedler. Die erste Erwähnung von Biblikon geschah erst 1250 bis zum 13. Jahrhundert stiegen die Grafen von Küburg zur dominierenden Macht im Aargau auf. Als sie im Jahr 1264 ausstarben, gingen ihre Besitztümer an die Habsburger über. Ein bedeutender Grundherr war im Hochmittelalter das Kloster Königsfelden in Windisch. 1415 eroberten die Eidgenossen den Aargau und Wollenschwillag nun zu den freien Ämtern einer gemeinen Herrschaft. Die Dörfer Megenwill, Biblikon und Wollenschwill sowie der Weiler-Eckwil wurden zum Amt Biblikon zusammengefasst und von einem Untervogt verwaltet. 1529 trat die Bevölkerung zur Reformation über, musste aber 1531 nach der Niederlage der reformierten Orte im Zweiten Kappeler Krieg wieder den alten Glauben annehmen. 1653 brach aufgrund einer durch den Dreißigjährigen Krieg verursachten Wirtschaftskrise und gesteigerter Machtansprüche der gnädigen Herren der Schweizer Bauernkrieg aus. Das Zentrum der Unruhen lag dabei im Entlebuch und im Emmental. Das schlecht ausgerüstete Bauernherr mit 20.000 Mann zog gegen Zürich und schlug sein Lager westlich von Megenwill auf. Von Osten her rückten die 9.000 Mann starken Truppen der Zürcher Obrigkeit unter General Konrad Wertmüller vor, die das Städtchen Mellingen besetzten. Am 3. Juni 1653 kam es bei Wollenschwill zu einem Gefecht, wobei die Zürcher gezielt Brände legten. Wollenschwill brannte bis auf vier Häuser nieder mitsamt der Kirche. Am Tag darauf gaben die Bauernführer Niklaus Leuenberger und Christian Schiebi auf und unterzeichneten den Mellinger Frieden. Die aufrührerischen Bauern wurden hart bestraft und sämtliche zerstörten Gebäude in Wollenschwill und Büblekon auf Kosten der kriegführenden Orte, wieder aufgebaut. Im März 1798 marschierten die Franzosen in die Schweiz ein und riefen die Helvetische Republik aus. Wollenschwill und Büblekon wurden Gemeinden im kurzlebigen Kanton Baden. Ab 1803 gehörten sie zum Kanton Agau. Am 7. November 1830 nahmen 3000 bis 4000 Leute an einer Volksversammlung in Wollenschwill teil. Solche Volksstage oder Landsgemeinden, die nach der französischen Juli-Revolution von 1830 in mehreren Kantonen stattfanden, leiteten die Regeneration ein. Mit den führenden Politikern Karl Rudolf Tenner und Johann Martin Geismann wollte man gewaltlos die Restaurationsverfassung revidieren. Dies führte zur ersten demokratischen Verfassung des jungen Kantons Agau. Bis 1850 stieg die Bevölkerungszahl um mehr als das Doppelte an. Viele Einwohner verarmten und wurden von der Gemeinde Wollenschwill, die mit finanziellen Sorgen zu kämpfen hatte, zur Auswanderung nach Übersee gedrängt. Büblekon hingegen betrieb keine aktive Auswanderungspolitik. Da kam 1872 die Ankündigung der Nationalbahn, in unmittelbarer Nähe eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Gerade recht. Wollenschwill und Büblekon beteiligten sich am Aktienkapital. Die Bahnstrecke Soflingen-Wettingen nahm am 6. September 1877 den Betrieb auf. Doch schon ein Jahr später musste die Gesellschaft Konkurs anmelden. Zwar hatten die beiden Gemeinden weniger stark unter der Schuldenlast zu leiden als das benachbarte Megan Will. Doch machte sich dieses Fiasko noch jahrzehntelang in den Gemeindefinanzen bemerkbar. Nicht zuletzt deshalb wurden die beiden Gemeinden nach einem Beschluss des Agauer Kantonsparlaments am 1. Januar 1906 gegen ihren Willen fusioniert. Viele jahrzehntelang stagnierte die Einwohnerzahl der fusionierten Gemeinde. Trotz der nahen Autobahn, die 1970 eröffnet worden war, setzte erst ab Mitte der 1980er Jahre eine verstärkte Bautätigkeit ein. Wollenschwill und Büblekon wuchsen allmählich zusammen. Im Gegensatz zu Megan Will und Mellingen ließen sich hier keine großen Industriebetriebe nieder. Dazu fehlte eine flache und ausreichend große Industriezone. Sehenswürdigkeiten Siehe auch, die alte Kirche Sankt-Leodegar im Dorfzentrum Wollenschwill stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Bauernkrieg von 1653 wurde das zerstörte Gebäude neu errichtet. 1.742-43. erhielt es sein heutiges barockes Aussehen und 1830 folgte der Umbau des Kirchdurms. Das Gebäude erwies sich als zu klein, weshalb die Kirchgemeinde 1907-08 rund 200 Meter westlich davon eine neue Kirche im neuromanischen Stil errichten ließ. Die alte Kirche blieb bestehen und wurde 1947 unter Denkmalschutz gestellt. Von 1955 bis 1993 beherbergte sie das Schweizerische Bauernmuseum. Seither wird sie als Kulturzentrum genutzt. Das organisch gewachsene Dorfzentrum hat sich im Wesentlichen bis heute bewahrt. Um den weiträumigen Dorfplatz gruppieren sich die alte Kirche, das Pfarrhaus sowie mehrere Gebäude aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert. Am östlichen Dorfrand befindet sich der Lindenhof, der 1793 als Landsitz des Wohlen-Schwieler-Untervogts errichtet wurde. In dem frühklassizistische Gipelbau war bis 1862 eine Gaststätte eingerichtet. Wappen Die Blasonierung des Gemeindewappens lautet, in Rotkreuzweise gestellt weiße Muskete mit gelbem Schaft und weiße Stützgabel mit gelbem Stiel, überhöht von Gesichteter gelber Sonne. Die Waffen erinnern an die Entscheidungsschlacht des Schweizer Bauernkrieges. Die Sonne weist auf den Sonnenhübel hin, den Ort der Schlacht. Eingeführt wurde das Wappen 1952 im Hinblick auf den 300. Jahrestag der Schlacht. Bevölkerung Bevölkerungsentwicklung Am 31. Dezember 2015 lebten 1509 Menschen in der Gemeinde Wohlen-Schwil, der Ausländeranteil betrug 16,8%. Bei der Volkszählung 2000 waren 52,0% römisch-katholisch und 30,4% reformiert, 3,1% gehörten anderen Glaubensrichtungen an. 92,7% bezeichneten Deutsch als ihre Hauptsprache, 1,1% Serbo-Kroatisch, 1,0% Italienisch, 0,8% Französisch. Politik und Recht Die Versammlung der Stimmberechtigten Die Gemeindeversammlung übt die Legislativgewalt aus. Ausführende Behörde ist der fünfköpfige Gemeinderat. Seine Amtsdauer beträgt vier Jahre und er wird im Majorsverfahren vom Volk gewählt. Er führt und repräsentiert die Gemeinde. Dazu vollzieht er die Beschlüsse der Gemeindeversammlung und die Aufgaben, die ihm von Kanton und Bund zugeteilt wurden. Für Rechtsstreitigkeiten ist das Bezirksgericht Baden zuständig. Wohlen-Schwil gehört zum Friedensrichterkreis Mellingen. Wirtschaft In Wohlen-Schwil gibt erst gemäß Betriebszählung 2008 etwa 220 Arbeitsplätze, davon 28% in der Landwirtschaft, 22% in der Industrie und 50% im Dienstleistungssektor. Die meisten Erwerbstätigen sind Wegpendler und arbeiten im benachbarten Megenville oder in der Agglomeration Baden. Bis etwa 1930 wurde in einem Steinbruch südlich von Wohlen-Schwil-Megenvieler Muschelkalk abgebaut. Die Menge war allerdings weit geringer als in Megenville und die Qualität um einiges schlechter. Verkehr Wohlen-Schwil ist verkehrsmäßig gut erschlossen. Die Gemeinde liegt an der Hauptstraße zwischen Mellingen und Lenzburg. Der Durchgangsverkehr führt seit 1930 über eine Umfahrungsstraße zwischen Wohlen-Schwil und Biblikon. Der Autobahnanschluss der A1 bei Megenville ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Biblikon und Wohlen-Schwil werden durch die Postautolinie Megenville-Baden erschlossen. Bildung Wohlen-Schwil besitzt einen Kindergarten und zwei Schulhäuser in denen die Primarschule sowie die 1. und 2. Klasse der Realschule und der Sekundarschule untergebracht sind. Die übrigen Oberstufenklassen können in Mellingen besucht werden. Die nächstgelegenen Kantonsschulen befinden sich in Baden und Wettingen. Die Vielen Dank.